Ja, das war sie, unsere erste digitale Herbstlese an dieser Stelle. Einen ganz, ganz großen Applaus und ein riesiges Dankeschön an unsere Kamerakinder, Alex und Max. Die das beide fantastisch gemacht haben, die uns hier durchgecoacht haben. Wir hätten es nicht ohne sie machen können. Ja, das war ein großartiges Abenteuer. Wir waren alle tierisch aufgeregt, wie bei der analogen Herbstlese auch. Wir sagen gute Nacht, bleibt gesund und bis zur nächsten Herbstlese, hoffentlich dann auch wieder analog. Tschüss!